Tag der Lehre Am 15. und 16. November in der Salzburger AG Wir stellen Ihnen die Lehrberufe vor Versorgungssicherheit, Molchung der Erdgasleitungen erfolgreich abgeschlossen Und Salzburger AG exportiert Strom nach Bayern Genauer gesagt nach Berchtesgaden Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen gleich Die Salzburger AG ist einer der wichtigsten und größten Lehrlingsausbildner im Bundesland Salzburg Aus diesem Grund veranstalten wir für alle Interessierten Den Tag der Lehre in der Salzburg AG Dieser findet am Freitag den 15. und am Samstag den 16. November bei uns statt Und jetzt geht es bei uns um den Lehrberuf des IT-Betriebstechnikers Hallo, ich bin der Jelitschke Michael Ich bin 18 Jahre alt, im vierten Lehrjahr Und arbeite in der Salzburger als Betriebstechniker Also in meiner Lehre lerne ich, wie man Sachen skriptet oder wie man Drucker einrichtet Generell auf Netzwerk- und Serverbasis Ich lerne, wie man Rechner installiert, wie man die ganzen Komponenten nennt und zusammenbaut Man muss auf jeden Fall gerne am PC schrauben Und was wir auch noch gerne machen, muss ich skripten Weil das kommt immer häufiger bei uns im Beruf vor Am Vormittag werden wir meistens die Hardware für die ganzen Benutzer vorbereiten Das heißt Rechnerinstallationen, die Vorbereitung von Peripheriegeräten mit Monitoren, Druckern, Maus, was sie tun Und am Nachmittag werden wir dann hauptsächlich das Zeugzeuggerät ausliefern Und nochmal durchtesten, ob alles funktioniert Also das Arbeitsklima ist eher locker Man filmt sich schnell bei uns ein Und die Kollegen sind auch alle recht freundlich Mein Ausbilder, der hilft mir immer gerne weiter, wenn ich irgendwelche Probleme habe Der zeigt mir alles sofort Und der kann mir immer weiterhelfen, wenn ich irgendwelche Fragen habe Kann ich ihm jederzeit fragen Also bei uns in der Kantine kann man echt günstig und gut essen auch Also das ist ein Preis auf jeden Fall wert Man hat hin und wieder Lehrlingsaktionstage, wo man Ausflüge macht Das heißt, dass man klettern geht oder informative Sachen Man hat ziemlich viele Ausbildungsmöglichkeiten Und es wird mir schon dauern, wenn ich dann da weiter arbeiten gehen kann Die Salzburg Netz GmbH, eine 100% Tochter der Salzburger, überprüft in regelmäßigen Abständen den Zustand der Erdgas-Hochdruckleitungen im Bundesland Für die Reinigung wird ein sogenannter Molch verwendet Der alle zwei Millimeter die Leitungen auf Beschädigungen überprüft Um die Versorgungssicherheit von rund 35.000 Kunden aufrecht zu erhalten müssen die Gasleitungen der Salzburg Netz GmbH regelmäßig gewartet werden Dabei wird die Methode des Molchens angewandt Der Molch ist ein Reinigungs- und Inspektionsroboter, der mit dem Erdgasstrom durch die Gasleitung fährt Zuerst wird die Leitung gereinigt und dann mittels Geometrie Molch genau vermessen In der dritten Phase kommt dann der intelligente Molch zum Einsatz Das ist also ein hoch technisches Gerät mit einer Vielzahl von Sensoren drauf Die natürlich sehr empfindlich sind Und dieses Gerät muss dann mit einer Durchflussgeschwindigkeit von etwa 1-3 Meter pro Sekunde durch die Leitung bewegt werden Und die Herausforderung ist also diese Geschwindigkeit entsprechend einzuhalten Damit der Molch eben die ausreichend Zeit hat über diese Sensoren eine Vielzahl von Daten aufzunehmen und die abzuspeichern Dass wir wirklich durchgängig über die gesamte Länge der Leitung dann ausreichend Aussage treffen können über die Sicherheit der Leitung Während der 24 Kilometer langen Fahrt durch die Gasleitungen muss der intelligente Molch immer wieder Messpunkte passieren 10.28 Uhr ist ein Nussbaum angekommen Ja, geil Das ist Opfern von den Daten bzw. von den Messpunkten ist deswegen wichtig, dass man den Molch nachverfolgen kann Und man in gewisser Weise auch weiß, wie schnell oder langsam der Molch unterwegs ist und dementsprechend eingreifen kann Mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde misst der Roboter alle 2,5 Millimeter die Leitung auf Beulen, Wandstärkenunterschreitungen durch Korrosion und auf Risse Grundsätzlich die Messeinheit ist eine Magneteinheit Ja, die Pipeline wird magnetisiert und das Magnetfeld ist theoretisch in dem Metall immer gleich Und sobald sich was verändert, das heißt die Struktur im Metall verändert oder sonst was, ändert sich das Magnetfeld und das messen wir halt Und dadurch können wir sagen, genau da ist Korrosion oder ein Riss, eine Fehlbildung, irgendwas Rund 2.100 Kilometer Gasleitungen, davon 200 Kilometer Hochdruckleitungen müssen regelmäßig überprüft werden Die Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen beim Öffnen der Leitungen sind natürlich sehr groß Wir haben es natürlich mit Erdgas, mit einem explosiven Medium zu tun Und sobald wir also die Leitung öffnen oder auch den Molch in die Schleuse hineinfügen und herausnehmen Haben wir kurz mit Gasaustritten zu tun Aber unsere Leute sind entsprechend geschult und unterwiesen, dass es da zu keinen Komplikationen kommen kann Erdgas ist und bleibt ein wichtiger Energieträger für private Haushalte und Firmen Die Überprüfung und Wartung der bestehenden Erdgasleitungen ist daher enorm wichtig Damit das Gas auch weiterhin ohne Probleme zu den Kunden kommen kann Einen ausführlichen Bericht über die neuen E-Obussi haben wir Ihnen ja schon in unseren Sendungen gezeigt Die Obussflotte wird also erweitert und aus diesem Grund suchen wir verstärkt Nutzfahrzeugtechniker und Mechatroniker Zweiteren der beiden Berufe stellen wir Ihnen jetzt vor Nach der Schule habe ich mich auf die Jobsuche gegeben und auf die Zeitung bin ich auf die Salzburger G-Kamer Und da habe ich nachher meine Lehrzeit absolviert von vier Jahren und jetzt bin ich insgesamt ein Jahr im Unternehmen Meine Aufgabe ist, die Fahrzeuge zu reparieren und die Fehler zu suchen und die Störungen zu beheben Sei es 24 Volt oder 600 Volt, sprich Antriebselektronik Und wir haben vier verschiedene Bus-Generationen und verschiedene Typen, daher ist das sehr umfangreich Jetzt überprüfen wir das Funkgerät Das schaut in Ordnung aus dazu als PR-Mobil und als MRI Das ist für den Funk und für die Datenübertragung und für die Lautsprecher Die sind auch intakt und funktionieren alles einwandfrei Und da überprüfen wir jetzt noch das TRX für die Weichensteuerung Das ist auch äußisch intakt und ist auch alles einwandfrei Das coole an meinem Beruf ist, wenn der Bus eine Störung oder Fehlermeldung hat, dass er nicht mehr fahren kann Das heißt Antriebselektronik Wenn man dann noch einen Freund oder das Fahrzeug geht, außer auf dem Linienbetrieb Das ist eigentlich ein relativ gutes Gefühl Und das ist das, was mir am meisten taugt Das Klasse an meinem Beruf ist auch die coolen Kollegen, mit denen man verdammt gut zusammenarbeiten kann Und eine gute Harmonie herrscht Und der Job wird nie langweilig, es ist nicht eine Routine, in der man einfällt Es gibt jeden Tag eine neue Abwechslung und das ist einfach das Klasse Was viele nicht wissen ist, dass sie nicht unbedingt in Salzburg wohnen müssen Und den Strom der Salzburger AG zu beziehen Es geht auch anders So hat man sich in Bayern entschieden, sauberen Strom aus Salzburg zu importieren Drei Unternehmen in Bayern, genauer gesagt im benachbarten Berchtesgaden Bekommen den Strom seit Jänner 2019 von der Salzburger AG Strom kennt keine Grenzen und so ist es klar, dass wir die Betriebe mit 100% sauberer Energie versorgen Ja, ich glaube das war das im Rahmen des Gesamtkonzeptes Also Bioenergie, Hotel Edelweiß und natürlich auch die Jännerbahn, wo wir überall mitbeteiligt sind Und ich denke einfach, das war für uns dann ganz wichtig, dass wir die drei Elemente zusammenfassen Und diesbezüglich auch einen guten, einen schönen Stromanbieter haben Und ich glaube mit der Salzburger AG sind wir da bestens bedient Ja, wir haben klassisch den Stromliefervertrag wieder ausgeschrieben Haben sehr viele Lieferanten angefragt Und da muss ich sagen, und das freut mich ganz besonders Es hat sich die Salzburger AG als bester Lieferant herauskristallisiert Nicht nur preislich, sondern auch von dem ganzen Konzept her und von der ganzen Abwicklung Und das freut uns ganz besonders Und durch das ist uns der Schritt sehr leicht gefallen, das Angebot von der Salzburger AG anzunehmen Der Landkreis Berchtesgaden hat sich für Nachhaltigkeit entschieden Aus diesem Grund gibt es die Bioenergie Berchtesgardener Land, die sehr erfolgreich für die Region Wärme und Ökostrom erzeugt Drei Gemeinden werden derzeit versorgt und die Einsparung an CO2 ist beträchtlich Die Geschichte wird rund, nachdem wir ja wie gesagt schon 100% Ökostrom produzieren Und den ins öffentliche Netz einspeisen Freut es uns wirklich ganz besonders, dass wir 100% Ökostrom aus dem öffentlichen Netz Wieder beziehen können für unsere eigene Versorgung Und da ist wirklich so, dass die Salzburger AG als Partner im Angebot das sehr gut herausgearbeitet hat Und wir uns freuen, dass wir zu diesem Abschluss gekommen sind, um eben die 100% Ökostrom zu beziehen Der Landkreis Berchtesgaden hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass man bis 2030 energieautakt sein soll Und für mich war damals beim Bau des Hotels schon ganz ganz wichtig, dass wir uns mit Wärme die Wärmeenergie von einem Biomasse-Heißkraftwerk versorgen Das ist auch von unserer Seite auch angestoßen worden Die Grenze zwischen Salzburg und Bayern, die gibt es auf der Landkarte Wir sind aber schon immer gute Nachbarn gewesen Und somit, muss ich sagen, ist das egal, ob das auf Salzburger Seite ist oder auf bayerischer Seite Wichtig ist für uns, dass es ein 100%iger Ökostrom ist Wenn Sie sich jetzt fragen, wie der Strom von Salzburg nach Bayern kommt, dann ist das ebenfalls relativ einfach Die Salzburger AG hat in Deutschland auch die Zulassung, Strom zu liefern Der Strom wird durchgeleitet über den deutschen Netzbetreiber Das ist ein ganz normaler Prozess, das ist auch der Wechselprozess Auch in Deutschland ist es ein bisschen anders als in Österreich, aber auch einfach durchzuführen Also für den Kunden überhaupt kein Problem Und dass jetzt der Salzburger Strom nach Deutschland kommt, das geht eben über diese Zertifikate Die wir der Salzburger Wasserkraft ja zuordnen Und durch die Bezahlung der Stromrechnung des Kunden an die Salzburger AG werden natürlich die Salzburger Kraftwerke unterstützt und damit auch finanziert Wie auch Sie Strom von der Salzburger AG beziehen können, finden Sie wie gewohnt auf unserer Website Das Projekt im Berchtesgaden läuft seit Anfang Jänner perfekt und zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden Alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich auch im Internet unter www.salzburg-ag.at Und weil wir gerade beim Internet sind, die Salzburger AG ist laut PC-Magazin bester regionaler Internetanbieter Das ist aber nicht die einzige erfreuliche Nachricht für Sie Denn alle bestehenden Cabling Kunden bekommen ab jetzt automatisch mehr Internet zum gleichen Preis Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG Wo sauberer Strom fließt Und wo Wärme weiterdenkt Wo Mobilität jedes Ziel erreicht Wo ein ganzes Land vernetzt ist Alles für zufriedene Kunden Und alles aus einer Hand Salzburg AG Wo Zukunft ins Leben kommt